Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von TTT K.O.S. der Gezockte Ok, K.O.S. der Gezockte und ich rede jetzt nicht mehr mit meinen Zuschauern, weil es keinen gibt, ok FunFriends ist hier Vichy, sie verlinkt mich Ok, ok, schick mir einen Link Ok, FunFriends stand da in der Gegend rum, könnte sein, dass er ein T-Shopper Es ist übrigens anstrengend, weil hier alle durcheinander reden und Freddy ist dabei Ja, das habe ich auch gerade gesagt, ich habe mich schon dabei Nee, ich hab mich schon dabei getötet Ist mein Lautstärke in Ordnung? Ich hoffe Ja, ich auch Ok, warte mal, eben kurz Afka Ja, du bist vielleicht ein bisschen leiser Ich erschieße einmal alles Ich schieße einmal kurz das Spiel ein bisschen leiser Ich glaube es ist Ich höre das Spiel auch Oh, ok, dann hören meine Zuschauer es auch Ich hab gut, ich hab geiles Mut Das ist ja gut Das ist ja gut Ich hab' mich auch noch an Besser? Ich hab' mich schon mal Ich hab' mich schon mal Ich hab' mich schon mal Ok, ich hab' jetzt mein Spiel ein bisschen leiser gestellt Ich schon irgendwie KOS-Gesetzt Ja, du Ok, jetzt schon dann mich selbst Komm, wir kommen die Wunder verflügt Äh, Johnny Johnny, ich bin der Detective Gib mir die Arisaka Gib mir die Arisaka Aha Johnny, eins Zwei Zwei Ich möchte Die Arisaka Gib mir die Arisaka Gib mir die Arisaka Gib mir deine Waffe 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 Johnny, eins Schießen einfach Und Da 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 Ich bin Der Ärmer Die hier liegt der Gezogte Johnny okay John ist der Klinik die noch besser sollte das ich bin der Schoßen weil er dich geschossen hat er auf jeden Fall das ist richtig Dankeschön, Dankeschön Jo, mach ich gerne, oh, leck dieses Spiel ist geil okay das heißt alle drei wir alle drei sind safe, also wir sind Xerox oder wieder heißt und du jetzt doppelt soochen wer ist jetzt noch nicht proven? das Spiel hängt gerade bei mir gg easy ich hab zwar einen random kill gemacht und dadurch Minus-Kammer erhalten aber gg easy Fischelhörte bitte nicht so durcheinander schreien, das ist anstrengend auch für Zuschauer ich saß im Frühjahr kam auf einmal der Assi verschwindet das ist doch voll mein Turn ich hab's schon früher nachgeladen, ich hätte dich bekommen aber nein ich hab's schon richtig mein Turn 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 ich hab's schon mal nah, sie müssen am Ende der Runde immer alle durcheinander schreien kann man die Fahrwegstellung nicht irgendwie noch ein bisschen anders schreien? das Spiel lag das toll? tut mir leid, Freunde, aber es lag das toll tut mir leid, Freunde, aber es lag das toll okay, K.O.S. Freddy, K.O.S. Freddy er hat mich gerade angeschossen und er war Traitor, hoffentlich er war Traitor okay, PlayLP-Time war Traitor Johnny, warum bist du verletzt? ich will Proven jetzt, chillig ich hasse es übrigens, dass Johnny kein Headshot daran hat das kotzt mich an das kotet, das kotet mich an ready ready? Ahoi Ahoi ich hab dir gerade nen Headshot gegeben, weil ich dachte, du hättest nen Innocent getötet und du hast keinen Schaden bekommen ich hab 48 Schaden durchkommen von mir? Ich hab dir nen Headshot? Ach egal ähm, C-Rock C-Rock ich hab ihn erschossen ich hab den Typen hier erschossen und er war T und er war T und er war T falls ihr euch fragt, warum ich ihn erschossen hab er hat die arme, den armen Koala-Face beim erschossen und ja, Koala-Face beim erkenne ich, weil er Batman ist Fischi, guck mal über mich Doktor Fischi oh, du hast einen Frag... ja? sorry du hast einen Sturbschiegel hey hey über mich über mich ist ein Name YouTube nein, sehe ich nicht ein Schriftzug oder nicht sehe ich nicht habe ich meinen Totenkopf auf? ich auch nicht du hast deinen Totenkopf auf ah, mit den Mexikanern der Head ich bin vom Planeten der Toten äh, Johnny steht nur rum, ok ok, Freddy und ich sind schon mal Proven Doktor ja, ich bin einfach nicht Nein, ich hab das Fenster grad erschossen. Und er ist gut. Warte, ich seh dich grad nicht. Bist du tot? Ja, jetzt. Rechen bei mir Batman. Ich hab keine Chance mehr. Okay. Bei dir? Ich seh dich nicht. Ja, jetzt die in dieser Stelle bin ich nochändig. Ich bin noch nie. Ich hab die Zeit gemacht. Jetzt die Mexikaner in den Totenkopf wieder. Ja, dann mach ich es. Wir brauchen übrigens unbedingt auf unserem Server dann passendes Outfit, ne? Ja, nein, Quatsch. Okay, ich hab das verstanden. Nein, nein, ich hab das. Nein, nein. Hallo, Coa Love Baseball, schönes wie der Darby ist. Das hier ist der Server KFC Alpha Play, ojo, mein Freund Kann man hier nicht Oh, man kann hier nicht leise schalten, ey, das ist doch scheiße Wieso kann man hier nicht leise schalten, das ist doch nervig Falls ihr übrigens einmal das Glück haben, werdet mich als Traitor zu sehen Ich werde als Traitor grauenhaft verkacken, alleine weil es schon so nett ist Ich habe nur 12 FF, 13, 14, 12 So irgendwas um den Dreh Ähm, Freunde, ist aufs Dach gehen K.O.S. Oh, hallo, Koala-Faceball, hallo, Koala-Faceball, hallo Ähm, falls euch wünscht, dass ich komische Sprüche mache Oh, geil, ojo, mhm, schlick, schlick, hojo, schlick, zykkerli Das ist ja fast genauso schön Ich bin oben bei der, ähm, bei der Eingabe Bei der was? Bei der Eingabe, wo man reingehen kann Guckst du mal, ne? Gewicht, du kannst bitte mal einem Wow, 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 wow Alpha, Alpha Alpha Guckst du mal das wunderschöne Bild Koala-Faceball, ha, 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 bitte Koala-Faceball, du bist der Beste Geh weg da, Alpha ich brauche Munition jetzt brauche ich hier eine schöne Waffe wow 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 hier wird geschossen hier wird geschossen hier wird geschossen ich hasse es wenn Leute schießen und die Dual Barretta sind übrigens scheiße ich will noch ein Kinderfinguin Dina bring mir Kinderfinguin ich will auch rein ich hab noch eins unten da muss ich runterlaufen bitte ich dich nur kurz da kann ich schnell laufen wow hier wird geschossen hier wird geschossen ja ich hab's geschossen also ich will das nicht man warum hast ihn getötet okay okay Dino Fresser warum bist du verletzt ich wurde gerade angeschaut okay gut dass ich keine Shotgun habe sondern MP5 das war richtig ausgesprochen das war richtig ausgesprochen ja warum machen wir die meisten falsch oder was ja okay Freunde es gibt jetzt noch ein oder zwei Träger ich weiß es nicht vielleicht ist schon ein Tor wir wissen einfach nicht und es leckt sorry Leute das ist verleckt ne das ist ein bisschen stören wirklich er ist das nicht stört für ihn er genießt das wow wow oh ähm hier liegt eine Poison Deer Gun die leer ist ich leg sie einfach wieder dahin gibt sie dem D der soll den Adder von nehmen ich für die Jüdische Link ist übertrieben 1,5 inches wow ist mein Gott groß ja, äh, äh, lalfa ähh, Mr. Frederic nehmen sie noch äh, Gercocchi hat gerade jemanden identifiziert nein, Gercocchi ist tot äh, wer hat ihn gerade identifiziert wer läuft da vor mir weg wer läuft da vor mir weg irgendwer läuft da vor mir weg ich kann ihn nicht warte es ist collector er hat gerade eine leiche identifiziert und nichts dazu gesagt einfach er hat sie identifiziert mir nicht ich bin mein kollektor alle kollektor die kollektor aber wie gesagt die totenkopf und den sombrero aufwissen unter dir ja nein du bist auch nicht Batman was ist denn das ich lasse es ich muss jedes mal alle meines intros machen ja muss ich auch erst mal aber ich bin schon ähm Dingens ne äh du bist ja du bist Spider-Man hä wieso bin ich schon wieder Spider-Man Venom meinst du ja das ist das schwarze Spider-Man jungen von morgen jungen korl auf es war schießt auf mich korl auf es war oh mein gott mein gott jetzt wirklich oder machst du nur spaß oder scheiße oder scheiße was tot angehen gtf lebt er noch ok 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 wo ist er ok warte ich schmeiß mich mal kurz in die kammer lass mich durch ok 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 ich habe den Blick in seinen Arsch das ist ja ekelhaft ich habe ihn weg geschmissen ja Johnny ich habe die Hilfstation benutzt wo wirst du ähm ich bin bei dem Traitor abladen da hier jetzt bist du übrigens äh Batman die hier meine ich auch Mr. Braddock und Totenkopf ja jetzt sind wir die Totenkopfgang falls ihr nicht versteht was ich meine ich habe einen Totenkopf auf so das ist ja dass wir die 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 Boah, ich habe gerade auf dem Spiel getappt, ey wie nervig. Hallo, Freddy. Oh, kann man das aktivieren? Hallo, Freddy. Ahoi. Kommen Sie mit mir? Nee, nee. Okay. Wer ist da erwähnt? Telefonieren übrigens gleichzeit über TS. Und die anderen werden sich wundern, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Namen schreibe und Freddy weiß das und die anderen nicht. Das war ja aber nicht. Das sollte all TS kommen. Oh, da ist Argentino Frech, so hat es Argentino Frech. Was? Hallo? Da wird ihn niemand finden. Hallo? Da wird ihn niemand finden. So möchte ich dein Aschi. Lefischi. Warum Lefischi? Ich weiß nicht. Ich habe nichts gemacht. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Äh, das Spiel lag übrigens bei mir so stark, dass ich fast nichts sehe. Okay. Haha. Ha, voll einfallsreich. Sargentino Fressa KOS. Sargentino Fressa KOS. Sargentino Fressa KOS. Sargentino Fressa KOS. Okay, scheiße. Nein. Okay, scheiße. Schade. Ich habe ja gesagt, ich werde als Tee gern zu verkacken. Ciao. Okay. Komm.